Was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mit einem ganz besonderen Video. Und das Ganze hier ist eine Videoantwort auf das, was Christian Straßburger im Podcast 4 zu 3 in den letzten Wochen so über den MSV Duisburg gesagt hat. Da hat er sich immer relativ verwundert gezeigt, dass der MSV ja keine Mannschaft mehr ist in den letzten Jahren, die wirklich oben angreifen kann. Eine Mannschaft, die laut ihm anhand der Spielerqualität, die man hat, eigentlich viel weiter oben stehen müsste. Und ich will zeigen, warum das Ganze aus meiner Sicht nicht der Fall ist, weshalb es kein Wunder ist, dass der MSV in den letzten Jahren so abgestürzt ist in der Tabelle. Also los geht's mit dem Video. Ja, beginnen wir dann auch mit der Saison 19-20, also der ersten Drittliga-Saison des MSV nach dem Abstieg 2019. Da hat man am ersten Spieltag 4 zu 1 gegen die SG Sonnenhof Russ Asbach gewonnen. Man sieht eine klassische Viererkette mit einem erfahrenen Compare und Böder, den man nach der Saison, obwohl er eigentlich relativ gute Leistung gezeigt hat, abgegeben hat. Man hat den Vertrag nicht verlängert. Ein Joshua Bitter, der seine beste Saison damals gespielt hat, sehr positiv aufgefallen ist auf der rechten Seite. Genauso Arne Sicker auf der anderen Seite. Und dann kommt man auch schon zum Herzstück des MSV damals mit extrem starken Zentral-Milfeld-Spielern. Mit einem Ben Baller, der die 6 im Prinzip alleine spielen konnte, sodass Albutar immer ein Stück vorrücken konnte. Mit seiner Physis, mit seiner sehr guten Ballbehandlung war er kaum zu pressen. Für die Gegner war er sehr, sehr wichtig im Aufbauspiel. Dann auf der 10 mit Daschner hatte man natürlich einen überragenden Fußballer einfach auch auf der 10, der mal wieder Sachen initiiert hat, der Steckpässe gespielt hat und so weiter. Ken Picky ist jetzt hier als linker Milchfeld-Spieler. Diesen Part hat er nicht so oft gespielt in der späteren Zeit. Hat er meistens auf der 8 gespielt. Man hat dann auch beim 1. FC Magdeburg gesehen in der Aufstiegssaison 2021, dass er das sehr gut spielen kann. Dass er einfach ein technisch sehr guter Spieler ist, vor allem für die 3. Liga. Über Stoppelkamp brauchen wir nicht zu sprechen. Und mit Vermey vorne einen Stürmer gehabt, der sehr, sehr gut die Bälle festgemacht hat. Der sich auch ins Mittelfeld fallen lassen konnte. Und da einfach, ja, so ein spielerischer Stürmer war ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel ein Harry Kane. Und man hatte dann auch nachher noch mit einem Max Jansen, den man nachverpflichtet hat, einen Spieler, der dann auch gut reingepasst hat mit seiner fußballerischen Qualität. Auch einen Lukas Schepernick, der zu der Zeit noch verletzt war. Der dann auch sehr gut funktioniert hat. So ein bisschen jede Rolle, die so ein bisschen links war, also linkes ZM oder auch linkes Mittelfeld, linke Verteidigung übernehmen konnte. Und hatte da insgesamt ein relativ, ja, stimmiges Gesamtkonstrukt. Sodass auch zum Beispiel ein Vincent Gambalis, der durchaus viele Spiele gemacht hat in der Saison, dass auch der ja relativ gut aussah. Weil er eben dann auch die Absicherung durch den Ben Baller beispielsweise hatte. Im Laufe der Jahre hat sich das dann aber verändert. Gerade nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Saison, als man ja am vorletzten Spieltag in der Nachspielzeit von der zweiten Mannschaft von Bayern noch den Ausgleichstreffer kassierte zum 2 zu 2. Ich glaube, Leon Dayaku war es, der dann das Tor aus der Distanz erzielte. Dadurch hat der MSV im Endeffekt den Aufstieg um einen Punkt verpasst. Nach der Saison sind dann ganz zentrale Spieler gegangen, eben wenn wir uns hier die Ausstellung anschauen, mit Daschner, Ben Baller und Albutat, das gesamte zentrale Mittelfeld. Pompeer hat seine Karriere beendet, hatte zwar auch, ja, gewisse Downphasen beim MSV immer wieder schlechte Spiele dabei, aber war auch im Aufbauspiel ein ganz wichtiger Spieler. Man hat Böder ziehen lassen, was ja im Nachgang ein Riesenfehler war, weil man auf der Innenverteidigerposition wirklich große Probleme die ganzen Jahre über immer wieder hatte. Und man hatte dann mit Joshua Bitter einen Spieler, der dann fast das gesamte Jahr verletzungsbedingt ausgefallen ist, der nie wieder seine alte Form gefunden hat. Und damit hat dann das System zu bröckeln begonnen. Man hat im zentralen Mittelfeld sehr, sehr schlechte Entscheidungen getroffen, muss man im Nachhinein sagen. Mit Kamavuaka, einen Spieler verpflichtet, der fußballerisch überhaupt nicht reingepasst hat, der einfach ein reiner Zerstörer war. Dann musste Max Jansen eigentlich die fußballerische Qualität fast alleine tragen im Mittelfeld mit einem Krenpiki zusammen. Was dann aber im Gesamtkonstrukt nicht funktioniert hat, weil man auch zum Beispiel mir in das P-Pitch verpflichtet hatte, der damals ja in die zweite Liga wechseln wollte von Rostock, der dann ja bis heute diese Erwartung nicht erfüllen konnte. Der jetzt nur noch ein relativ solider Drittligaspieler ist, aber zu der Zeit eben nicht funktioniert hat beim MSV. Genauso die Jahre über dann in der Innenverteidigung. Man hat einen Dominik Schmidt, einen Volkmar unter anderem verpflichtet in den Jahren. Das hat alles nicht wirklich funktioniert. Und so hat man dann vor allem auch mit vielen teuren Verträgen, wenn man da zum Beispiel an den Abu Duz denkt, den man verpflichtet hat im Winter. Genauso Marlon Frey, beide von Sandhausen gekommen, aus der zweiten Liga. Oder auch Marvin Knoll, der von St. Pauli kam. Die hat man teilweise mit drei Jahresverträgen ausgestattet. Deswegen ist ja beispielsweise ein Marvin Knoll immer noch beim Verein, obwohl man ja sportlich keine echte Verwendung mehr für ihn hat. Und so ist man dann eben auch in eine gewisse finanzielle Schieflage einfach geraten. Dadurch, dass man relativ hohes Budget in den ersten Jahren hatte, das aber nach dem ersten Jahr sportlich dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Man dann 2021 und 2021 jeweils knapp am Abstieg noch vorbeigekommen ist. Allerdings hat man eben, wie gesagt, vor allem in Form von Ivo Grilic, der praktisch Rentenverträge verteilt hat an die Spieler, hat man dann sehr viel verloren. Und wenn wir dann jetzt bei dem Endresultat sind, heutzutage, jetzt das letzte Spiel gegen den SSV Ulm zu Hause 1 zu 1. Man eben auch, wie wir hier sehen, mit Marvin Backer-Lords, einem dieser Spieler, die dann teure Verträge bekommen haben. Die es aber nur ganz, ganz selten wirklich mit Leistung füllen können. Sieht man auch sehr schön zum Beispiel bei dem Gegentor zu 0 zu 1 in dieser Saison gegen 1860 München. Als er komplett den Gegenspieler Manfred Starker aus den Augen verliert und nur außen auf die Flanke achtet, dann bemerkt, dass er auf einmal 10 Meter Rückstand hat und dann deutlich zu spät kommt. Und die Innenverteidigung mit Sänger und Mai ist an guten Tagen wirklich relativ stabil. Allerdings haben sie auch immer wieder Aussetzer drin, sind dann nicht nah genug bei ihren Männern und schaffen das insgesamt nicht, gerade bei Standardsituationen auch, bei denen des Gegners ja dann wirklich für defensive Stabilität zu sorgen. Auch ein Sebastian Mai kommt da immer mal wieder zu spät. Man hat mit Mogulteil zwar ein gutes Talent auf der linken Verteidigerposition, also das passt eigentlich leistungsmäßig, allerdings hat er eben auch nicht diese ganz hohe Qualität, die damals ein Sieg hatte, gerade im Spiel nach vorne. Auf der rechten Seite mit Bitter und Fälscher normalerweise hat man nicht mehr diesen Joshua Bitter einfach der Saison 19-20. Man hat sich also auch da eher exorbitant verschlechtert, gerade jetzt auch aktuell mit dem Ikene. Da merkt man einfach, dass er kein Verteidiger ist. Baka Lortz habe ich gerade schon angesprochen. Kaspar Janda ist zwar ein großes Talent, kann aber in diesem Gesamtkunstrukt, bei dem es nicht viele Spieler gibt, die einfach ja wirklich gut mit dem Ball beziehungsweise auch im Positionsspiel sind und dann auch in der Lage sind, mal Gegenspieler aussteigen zu lassen, was eben damals zum Beispiel komplett anders war. Im Zentralmittelfeld mit einem Daschner oder auch mit einem Bemballer. Da konnte dann ein Albutad auch daneben glänzen, der dann auch zum Beispiel im KFC Uerding nicht mehr gut ausgesehen hatte. Ja, das Problem hat eben Janda, dass er so ein bisschen der Alleinunterhalter ist, dass er der Einzige wirklich ist, der mal Leute aussteigen lässt mit einem Bark hier vielleicht noch, der ab und zu auch auf der 10 zum Beispiel spielt, der aber auch zum Beispiel mit Alabark hier jemand ist, der noch nicht wirklich in der dritten Liga angekommen ist, weil er vermutlich auch ja nicht mehr wirklich ankommen wird, weil er eben immer wieder das Problem hat, dass er Spieler aussteigen lässt, aber dann den richtigen Moment für das Abspiel verpasst. Mit Kolja Pusch hat man jemanden, der aus meiner Sicht einfach nicht das erfüllt, was man sich von dem Namen versprechen würde. Das reicht einfach insgesamt nicht. Das ist zu langsam, also ist kein schneller Spieler, hat zwar einen sehr guten linken Fuß, das sieht man gerade bei Standardsituationen immer wieder, ist dann aber auch keiner, der ein besonders gutes Freilaufverhalten hat oder dann auch gegen den Ball besonders gut mitarbeiten würde, also auch mal Bälle erobert. Dafür ist er eben einfach zu langsam. Und ja, das zieht sich dann im Prinzip auch weiter. Vorne hat man jetzt sehr viele verletzungsanfällige Spieler. Das kann man jetzt schon in den ersten Wochen so klar sagen. Mit Kölle ist natürlich sehr, sehr unglücklich gelaufen. Das ist eigentlich kein Spieler, den ich in diese Kategorie einsortieren würde. Hat sich jetzt aber eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Bei Plädel ist es eh nicht. Der war aber auch die letzte wirklich verletzungsfreie Saison. Bei ihm ist schon eine ganze Zeit her. Hat dann dementsprechend auch nicht mehr dieses Leistungsniveau, das er mal hatte, als er wirklich ein Top-Zweitligaspieler war. S-Wein, für ihn gilt ein bisschen dasselbe, wobei ich da weniger auf die Verletzung gehen würde. Eher darauf, dass er einfach älter geworden ist. Er hat nicht mehr diese Dynamik, die ihn früh ausgezeichnet hatte. Wenn man da zum Beispiel noch an seine alten Zeiten in Dresden erinnert und so weiter. Also das ist auch nicht mehr die ganz hohe Qualität. Ähnlich bei Benjamin Giert, der eben auch körperlich nicht mehr wirklich fit wird. Ja, nicht auch wirklich austrainiert wirkt. Immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hat. Dann immer mal wieder zwei, drei Wochen ausfällt. Manchmal auch sechs bis acht. Und dann ja einfach nicht mehr in diese alte Form kommt. Das merkt man auch aktuell, dass man eben Probleme hat, ihn überhaupt ins Spiel einzubinden. Und wenn man sich dann die Ersatzbank anguckt mit einem Köpke, bei dem es eh nicht ist, der jetzt die Vorbereitung auch nicht vernünftig mitmachen konnte. Man hat mit einem Stirlin jetzt keinen wirklich spielstarken Sechser noch auf der Bank. Genauso Knoll, der vor allem extrem langsam ist, was man sich in der dritten Liga einfach nicht leisten kann im Zentrum. Und ja, man ist da einfach insgesamt relativ schwach aufgestellt. Das ist so eine Mannschaft, die so irgendwo zwischen Platz 10 und eben Platz 18 so grob einzusortieren ist. Und das ist dann eben von so Verletzungen beispielsweise, wie man sie aktuell hat, dann eben auch abhängig, dass man, ja, wenn man die nicht hat, dann kann man vielleicht auch mal einigermaßen eine Serie starten, dass man dann sich unten befreit. Auf der anderen Seite kann man eben auch sehr schnell unten mit reinrutschen. Also das ist eben kein besonderes Drittliga-Niveau, dass man jetzt irgendwie erwarten könnte, dass man in die Top 10 kommt oder ähnliches. Ganz im Gegenteil. Die Mannschaft zeigt auch in den letzten Wochen und Monaten, dass sie zum Beispiel anfällig ist bei Standards. Und das ist immer ein relativ schlechtes Zeichen für den ganzen gesamten Defensivverbund einfach, dass man da eben es nicht schafft, die Mannschaft zu stabilisieren, dass man nicht kompakt verteidigt. Man bekommt immer irgendwie ein Gegentor, jetzt auch zum Beispiel per Einwurf gegen den SSV Ulm. Und deswegen ist einfach das große Problem im SSV, dass man im Vergleich zu vor vier Jahren, was natürlich jetzt auch schon eine ganze Zeit ist, muss man sagen, dass man wirtschaftlich eine Menge falsch gemacht hat, dass man auf Spieler gesetzt hat, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Man muss sich zum Beispiel nur mal daran erinnern, dass man am Ende der Saison 2021 sich dann dafür entschieden hat, den Vertrag mit Vermey nicht zu verlängern und stattdessen mit Boadus weitergemacht hat, der eine starke Rückrunde damals gespielt hatte, als er im Winter kam. Vermey war da ein bisschen verletzt, deswegen hatte man auch noch Bedarf. Und man hat sich im Endeffekt dafür entschieden, mit Boadus weiterzumachen, der danach körperlich nicht mehr wirklich in Topform war, dementsprechend auch nicht auf dem Platz, während Vermey in Freiburg wirklich nochmal durchgestartet ist und er jetzt auch in der zweiten Liga bei Düsseldorf spielt. Also alleine die Entscheidung zeigt schon, dass man da relativ unglückliche Entscheidungen getroffen hat beim MSV. Und dementsprechend prognostiziere ich auch, dass es im Prinzip ein Sterben auf Raten ist beim MSV, gerade wenn man auch bedenkt, dass der Hauptsponsor Schau ins Land reisen, dass die ja auch jetzt nach der Saison ausscheinen werden, die dementsprechend auch eine Menge Geld gegeben haben. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass man auf absehbare Zeit, also innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, dann auch absteigen wird. Ich könnte mir sogar unter Umständen schon vorstellen, dass es dieses Jahr passiert, gerade wenn man auch darauf achtet, wie gut die Aufsteiger alle sind, die bisher relativ gut punkten. Da ist sogar Münster mit vier Punkten nach vier Spielen der schlechteste Aufsteiger. Das sagt schon relativ viel aus. Also es gibt jetzt aktuell nicht diese eine Mannschaft, bei der man ganz klar sagen kann, dass sie absteigt. Und da können dann eben auch ein bis zwei Teams dabei sein, die man vielleicht im Mittelfeld vermutet hätte, die es dann aber doch erwischt. Und den MSV sehe ich da aktuell doch relativ stark gefährdet. Und dementsprechend sehe ich es eben nicht so wie Christian Straßburger, dass der MSV da wirklich eine deutlich bessere Rolle spielen müsste. Ich sehe es auch nicht so, dass das Umfeld daran schuld ist. Also für mich ist da ganz klar die Mannschaft in der Verantwortung, beziehungsweise auch die Sportdirektoren Grilic und jetzt eben Hesskamp, dass sie es eben nicht hinbekommen, aus den Mitteln das Beste rauszuholen. Man hat jetzt sehr auf die Karte Qualität vor Quantität gesetzt. Und das geht bisher eben relativ wenig auf, weil diese Qualitätsspieler jetzt eben sich immer wieder verletzen, mit Ausnahme von Essweilen bisher. Von daher mal abwarten. Jetzt hat man mit Köter noch einen Spieler für die linke Offensive Seite geholt. Mal schauen, ob er sich dann dauerhaft durchsetzen kann. Hat zwar bei Heidenheim gespielt, in Anführungsstrichen. Allerdings stand er nicht wirklich oft auf dem Platz. Hat bisher nur Regionalliga-Westerfahrung bei Düsseldorf 2. Muss man eben abwarten, ob er für die dritte Liga wirklich ein Top-Spieler ist. Und dementsprechend sehe ich eben keine besonders rosigen Zukunftsaussichten für den MSV. Ja, das war es dann auch mit dem kurzen Video über den MSV. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Kommentiert gerne eure Meinung. Und ja, macht's gut. Haut rein. Und ciao.